Alles, was du darüber glaubst, wie eine Frau sich in dich verliebt, ist falsch. Ich werde dir in dieser Folge im Freundinnen-Finden-Podcast nämlich den Prozess ganz genau erklären, der dafür nötig ist, dass nicht nur sie sich in deinen Augen komplett verliert, sondern auch du, mein Lieber, endlich loslassen kannst und diese Freiheit spürst, diese emotionale Unabhängigkeit mit der Verführung Liebe kennenlernen. Erste Dates, der erste Kuss sich so leicht und gut anfühlt, wie du es noch nie kennengelernt hast. Das gibt es heute. Wir werden dir nämlich heute erzählen, wie du für eine Frau unvergesslich wirst. Garantiert. Schön da zu sein. Schön, dass wir diese Folge gemeinsam machen können, denn das ist die Folge, die du als Zuhörer wahrscheinlich und hoffentlich zwei- oder dreimal hören wirst. Wir haben die Folge jetzt schon gemacht und nehmen das Intro jetzt zum Schluss auf. In dieser Folge lernst du, was Verführung ist. Punkt. So funktioniert Verführung. Diese Folge wirst du mehrfach hören wollen. Ja. Und am Ende gibt es nun mal eine Überraschung. Also, hör sie dir an. Bleib gespannt. Kennst du diese Momente, wenn du mit einer Frau sprichst und alles um dich herum geht auf einmal wie ins Nichts über? Und du befindest dich wie in einem Tunnel, in dem nur du und sie existieren. Alle anderen werden leiser und leiser, verschwinden, verschwimmen. Ihr seid quasi wie in einem Wurmloch, das zu einer anderen Dimension führt. Diese Momente, wo du so eine tiefe Verbindung mit einer Frau spürst, die kannst du designen. Zu denen kannst du dich entscheiden und die Geschichte, die du und sie zusammen erlebt, auch genau so schreiben. Wie du das machst, mein Lieber, machst du, indem du eine ganz andere Prämisse an diese ganze Fragerei und Problematik, wie soll ich sie interessiert von mir machen, wie vermeide ich einen Korb, wie schaffe ich es, dass sie mich, wenn ich sie versuche zu küssen, dass sie mir keinen Korb gibt, sondern dass sie mich dann auch zurückküsst. Und wie schaffe ich es, dass ich auf dem Date überhaupt das Ganze in die sexuelle Ebene anhebe und nicht mehr wieder in der Freundschaftszone lande und so weiter. Wenn du alle diese Fragen mit einem Schlag beantworten möchtest, dann gebe ich dir hier die schönste, angenehmste Antwort von allen. Schreibe eine schöne Geschichte mit dir. Das sollte das oberste Ziel eurer Interaktion sein. Diese Philosophie, mein Lieber, diese Philosophie, die ist so kraftvoll, so unglaublich transformierend für alle deine Begegnungen mit Frauen, dass du, sobald du es einmal geschnallt hast und das Ganze in deine Kennenlern-Geschichten integrierst, dann wirst du nie wieder mit Scham oder mit einem schlechten Gefühl von Reue an die Begegnung mit einer Frau zurückdenken. Das wird nicht mehr vorkommen. Ich gebe dir ein Beispiel. Denn das Ganze hängt intrinsisch damit zusammen, welche Ziele du dir setzt. Und konkrete Ziele wie ich will, dass sie mich mag oder ich will nicht, dass sie mich nicht mag, einfach mal um die simpelsten zu nennen, die werden deinen Kopf immer wieder vor Selbstbewusstseinsproblematiken bringen, vor der Frage, ob du es richtig getan hast, was du alles vermeiden solltest, was du daran falsch gemacht hast. Die Selbstgeißlung wird immer größer und du flagulierst dich immer selber und peitschst deinen Rücken aus, weil du nicht gut genug, nicht charmant genug, nicht attraktiv, nicht selbstbewusst und so weiter genug bist, vermeintlich. Aber die Frage, wie schreibe ich das Ganze zu einer schönen Geschichte, die beinhaltet alle möglichen Ergebnisszenarien, selbst wenn sie dir einen Korb gibt, selbst wenn das Ganze nicht zu einer Beziehung führt. Es beinhaltet aber auch alle schönen Ergebnisse, die du dir gerne wünschst. Und das machst du folgendermaßen. Ich möchte einmal die Story erzählen von Jay, der mit mir auf einem Workshop war, jetzt schon einige Jahre her. Ich glaube 2015, das heißt schon acht Jahre her. Und als ich ihn damals gecoacht habe, da kam er zu uns und hatte eine bestimmte Vorstellung. Er hat gesagt, ich bin hier, ich will was lernen, ich will Gas geben. Wie kann ich Frauen ansprechen? Wie kann ich mein Interesse zeigen? Wie kann ich sie dazu bringen, mich zu mögen und so weiter und so fort. So genau diese Einstellungen. Aber er hatte tatsächlich auch den Willen, etwas zu verändern. So gute Voraussetzungen. Aber sein Warum war noch etwas verblendet, sage ich mal. Okay, wir haben die Woche zusammen verbracht in einem dieser Workshops. Und nach dem Workshop hat er mich nochmal angeschrieben. Und er hat gesagt, Andi, ich habe dir eine Geschichte zu erzählen und ich glaube, kein anderer wird sie verstehen. Deswegen muss ich dir das erzählen. Was er erlebt hat, war Folgendes. Nach dem Workshop war er in einem Zug, wieder zurück nach Hause. Und diese Zugfahrt, die ging einen ganzen Tag, ewig lange. Und dort hat er eine Frau kennengelernt, die ihm gegenüber saß. Und ich weiß nicht mehr, ob sie zuerst aussteigen musste oder ob er zuerst aussteigen musste. Aber die Distanz der beiden Haltestellen von ihm und von ihr war enorm. Enorm, vier, fünf Stunden. Und er hat sie kennengelernt auf einer tiefgründigen Ebene. Auf einer echt authentisch mutigen Ebene, zu der er sich früher nicht getraut hatte. Alle Sachen gemacht, die er gefühlt hat. Einfach dem Impuls gefolgt. Intuitiv. Das getan, was sich richtig angefühlt hat, weil er davor keine Angst mehr hatte. Und die beiden kamen auf Ebenen, da hat er gesagt, das hat er noch nie erlebt mit einer fremden Person. Noch nie. Und sie genauso, hat sie ihm gesagt, ich habe noch nie jemandem in so kurzer Zeit so viel über mich erzählt. Und so viel Privates, Persönliches. Und er kam auf die Idee, okay, wie sollten wir das Ganze beenden? Ich meine, ich würde sie natürlich gerne küssen. Ich würde sie gerne wiedersehen. All diese Dinge. Aber er hat sich gesagt, nein. Ich möchte, dass diese Geschichte, genauso wie ich sie jetzt gerade schreibe, für den Rest meines Lebens sich abspeichert als eine schöne Geschichte. Und sie hat ihn gefragt, okay, willst du meine Nummer haben oder dass wir uns irgendwann mal wiedersehen? Und als er diese Frage gehört hat, hat er verneint, hat er abgelehnt. Er hat gesagt, nee, ich glaube, wenn wir uns heute küssen sollten und uns dann nie wiedersehen, dann ist das die Geschichte, an die ich mich den Rest meines Lebens erinnern möchte. Und gesagt, getan. Er hat dir das gesagt und dann haben sie sich geküsst. Und später haben sie sich verabschiedet, ohne Nummern auszutauschen. Und haben sie sich nie wiedergesehen. Und er hat genau gewusst, wenn er diese Geschichte irgendwelchen anderen Männern erzählt, dann werden die ihn löchern, dann werden die sagen, warum hast du, was soll der Scheiß, das ist doch total bescheuert, warum hast du nicht ihre Nummer geholt, warum habt ihr euch nicht nochmal getroffen? Du könntest doch bei ihr Urlaub machen, sie bei dir, irgendwas ist doch machbar. Vielleicht, ja, Fernbeziehung, man weiß doch nie. Ja, hat er gesagt. Das ist ihm auch bewusst. Aber er hat gelernt, dass der Effekt dieser Philosophie, wenn du dich dazu entscheidest, schöne Geschichten zu schreiben, einen viel weitreichenderen Effekt auf sein Leben haben wird, als jetzt bei dieser einen Frau nochmal zu versuchen, irgendwas rauszuholen. Das meiste, das Maximal da rauszuholen. Er hat gesagt, nein. Und er hatte so ein Strahlen im Gesicht. Er war so stolz. Das ist dasselbe Strahlen, was ich oft erlebt habe bei den Männern, die mit mir in Florenz waren. Ja. Die Anekdoten von dieser Zeit, ich habe ja den Workshop Verlieben in Florenz, der aus gutem Grund Verlieben in Florenz heißt, weil wenn du mit mir fünf Tage in Florenz verbringst, mit nur vier weiteren Mitstreitern und mir zusammen persönlich und wir wohnen zusammen, dann verliebst du dich. Das ist einfach so. Das hat sich bisher immer so herauskristallisiert, bestätigt. Entweder du findest eine Frau, in die du dich verliebst und mit der du dann auch noch Jahre später in Kontakt bleibst oder du verliebst dich in die Stadt oder in Frauen allgemein. Denn die Magie, die dort passiert, mein Lieber, wenn du anfängst, Geschichten zu schreiben, die du gerne lesen möchtest in deinem Buch des Lebens, wenn du irgendwann mal zurückblätterst und du sagst dir, wer war das denn? Was ist denn in diesem Kapitel passiert? Und du liest diese Story und es fühlt sich gut an, diese Geschichte wieder zu lesen. Und du weißt genau, irgendwann ist dieses Kapitel vorbei und du siehst den letzten Satz, den letzten Absatz und du blätterst um und das war ein schönes Kapitel. Weißt du, allein die Philosophie, dass du nicht mehr versuchst, konkrete Ergebnisse zu erwirtschaften, sondern dass du von der ersten Sekunde an dir denkst, wie kann ich mit dieser Frau die schönste Geschichte schreiben, führt dazu, dass du garantiert ein schönes Ende mit ihr schon vorprogrammiert hast, als auch den gesamten Verlauf, dass du dich ewig daran erinnern kannst. Du kennst das, wenn du einen Roman liest, du spürst schon irgendwie intrinsisch, wann die letzte Seite kommt. Du weißt, okay, das Kapitel ist irgendwann vorbei, entweder weil der Spannungsbogen sich jetzt gerade so anhäuft, größer wird oder weil du umblätterst und du siehst, ah, aus deinem Augenwinkel, da ist schon ein riesengroßer weißer Absatz, da wird das Kapitel zu Ende sein. Und dann liest du den letzten Satz und es passt einfach. Das hat kein abruptes Ende, kein, ja, aber was soll jetzt passieren? Nein, es hat einen Punkt, der sich wie ein schönes und richtiger Abschluss dieses Kapitels anfühlt. Und danach kann es weitergehen, aber das muss es nicht. Und das ist das Schöne daran, weil viele von uns denken, ja, es muss immer irgendwie ein Resultat geben, irgendwie weitergehen. Und ich kann dir da noch viele Beispiele geben, wieso es besser ist, wenn es manchmal nicht weitergeht, weil du bist derjenige, der das Ganze entschieden hat. Es geht nach deinem Design vorwärts. Was die meisten Männer erleben, ist, dass das Kennenlernen von Mann und Frau nach dem Design der Frau voran schreitet. Die Frau entscheidet, ob sie überhaupt Interesse hat. Die Frau entscheidet, ob sie ihm ihre Nummer gibt. Die Frau entscheidet, ob sie ihn nochmal wieder sieht. Die Frau entscheidet, ob sie sich küssen und so weiter und so fort. Es entscheidet immer die Frau. Das ist die Realität, die die meisten Männer so kennen. In Wahrheit ist das natürlich ein gemeinsamer Prozess. Verführung besteht immer daraus, dass zwei Menschen sich dazu entscheiden. Und genau hier kannst du 50 Prozent, wie du immer sagst, Dominik, du kannst 100 Prozent der Verantwortung übernehmen, diese Geschichte schön zu schreiben, aber du hast nur 50 Prozent der Kontrolle. 50 Prozent ist ihre Kontrolle. Da hast du kein Mitspracherecht. Sie kann genauso entscheiden, was passieren wird und was nicht passieren wird. Aber du, du kannst 100 Prozent entscheiden, wie du diese Geschichte schreiben willst. Und wenn du ein schönes Ende setzt, dann schreibst du von Anfang an schon die Geschichte so, dass sie mit Dankbarkeit und mit einem guten Gefühl der Erinnerung enden wird. Das kannst du entscheiden. Und damit hast du was, mein Lieber? Wenn du das Ganze mit Dankbarkeit beendest, damit hast du die Basis für emotionale Unabhängigkeit. Denn kaum ein Mann schafft es, einer Frau Hallo zu sagen, sich voll und ganz ihr als Mann zu zeigen und zu sagen, ich finde dich unglaublich attraktiv, ich muss dich einfach kennenlernen. Hi, ich bin Andi. Es schafft fast kein Mann auf diesem Planeten. Es gibt nur eine kleine Handvoll, die das wirklich authentisch sagen können, unabhängig dabei sind und deswegen die Frau auch von sich verzaubern. Die Männer, die zu uns kommen, die Männer, die in der Charisma-Analyse mit uns reden, die erfahren, wer diese Handvoll Männer sind, die das können. Das sind nämlich die Männer, die mit uns arbeiten. Das sind die Männer, die mit mir in Florenz waren, die bei uns in der Charisma-Analyse waren und dann mit uns zusammenarbeiten. Und der Grund ist der, wenn du auf Wiedersehen sagen kannst, wenn du einen Punkt setzen kannst, am Ende einer Kennenlernphase, am Ende eines Kapitels, wenn du weißt, dass du das Ganze beenden kannst, denn alles kommt irgendwann zwangsweise zum Ende. Alles. Selbst wenn ihr euch kennenlernt und ihr werdet ein Paar und ihr bleibt für die nächsten 50 Jahre zusammen. Eines Tages, zwangsweise, wird einer von euch beiden oder beide gleichzeitig diesen Planeten verlassen. Es wird ein Ende geben. Prüher oder später. Aber wenn du von heute an schon sagst, ich weiß, dass es ein Ende geben wird, ich möchte, dass es aber ein schönes Ende sein wird, dann ist das nach deinem Design. Und die Männer, die dieses letzte Kapitel, Abschied, einer Geschichte auch schreiben können, die haben emotionale Unabhängigkeit gemeistert. Und wer auf Wiedersehen sagen kann, der kann dann auch Hallo sagen, weil er hat keine Angst mehr vor dem Abschied. Verstehst du? So machtvoll ist das, weil das Hallo, der erste Schritt, der erzeugt deswegen so viel Druck, weil du keine Ahnung hast, was danach passieren wird. Ob irgendwas schief gehen wird. Ob das nach deinem Design passieren wird oder nach ihrer Entscheidung. Und vielleicht ist sie nicht so dir wohlgesonnen. Und das macht Angst, das macht Druck. Aber wenn du verstehst, dass du es in der Hand hast, den letzten Satz zu schreiben, den Punkt zu setzen und das Ganze mit Schönheit, mit Grazie, mit Dankbarkeit, dann hast du keine Angst mehr vor dem Hallo und dem ersten Kapitel das Ganze zu Beginn. Das ist das Schöne daran. Das ist ja auch der Punkt, ich nenne es im Englischen immer Deliberate Decision. Also der freiwilligen Entscheidung im Prinzip. Dass wir uns jeden Tag für entsprechend genau das entscheiden, was wir haben wollen. Entsprechend dann auch die Frau an unserer Seite, wenn es dann entsprechend deine Partnerin ist, die wir vielleicht dann auch verlassen können so im Laufe der Zeit. Oder sie kann die Entscheidung treffen, dass sie uns verlässt. Und das ist genau das Ding, wovor dann viele Angst haben, wenn sie noch nicht diese emotionale Unabhängigkeit zumindest mal gespürt haben. Sie glauben dann, okay, dann ist alles vorbei. Und ja, natürlich irgendwie eine Trennung kann wehtun und ist nicht schön. Und wenn du traurig bist, dann traue auch so alles gut. Aber bevor all das passiert, sollten beide Parteien immer die Freiheit haben, zu jedem Zeitpunkt zu sagen, okay, das war so gut. Ich glaube, ich bin satt. Das war ein sehr leckeres Mal von sich aus. Kein Dessert mehr. Danke, ich bin satt. So, es passt. Das war schön. Und anstatt halt so im Mangel zu sein und zu sagen so, oh, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal was zu essen bekomme. Deswegen nehme ich jetzt noch so viel, quetsche noch so viel aus der Tube, wie es geht. Und also das halt übertragen. Also das ist Mangel. Und das übertragen auf die Geschichte vom Jay, die du gerade erzählt hast. Aber auch die Geschichte, die die Männer erleben in Florenz mit dir. Und auch die, einfach das, was wir den Männern auch bei uns in der Flirt Masterclass zeigen, die emotionale Unabhängigkeit. Das ist einfach übertragbar aufs Leben. Und wenn du derjenige bist, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du derjenige bist, der freiwillig Nein, Danke sagen kann, weil bis hierhin war es fantastisch und ich möchte das in guter Erinnerung so behalten, dann lebst du per Definition in Fülle, dann wird dir noch mehr davon passieren. Nicht das Gleiche, nicht eins für eins das Gleiche. Es werden dir viele andere genau diese schönen Sachen passieren. Dann werden Sachen passieren, wo die Frau nach eurem ersten Date sagt, Danke, dass du mich angesprochen hast. Richtig. Weil du einfach eine ganz andere Sicht auf die Dinge hast. Und ich verstehe das, dass wenn du diese Nachrichten, dieses Mindset, was Andi und ich dir hier mitgeben in dem Podcast und Andi und du in den Videos und so weiter mitgibst. Wenn das weird für dich klingt, wenn das so out of your reality für dich klingt, das verstehe ich absolut. Das heißt aber nicht, dass es, nur weil du es nicht verstehst, dass es nicht funktioniert. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie ein Auto funktioniert, wie ein Kühlschrank funktioniert. Trotzdem kann ich mich ins Auto setzen und fahren. Es funktioniert. Ich muss nicht wissen, wie es funktioniert. Ich lasse mich auf die Reise ein. Und das verstehen zu wollen, ist halt so linksgehirnisch, um es mal so auszudrücken, so Zahlen, Daten, Fakten getrieben, dass es die Tür aufmacht für Ego und für Mangel. Ego bedeutet dann in diesem Sinne so, ich muss es genau verstehen, ich muss genau wissen, was ich hier wie und wann sagen muss, um diese emotionale Unabhängigkeit auszustrahlen, damit sie denkt, dass ich unabhängig bin. Aber all das führt dich halt zu noch mehr, zu noch mehr wie, wie kann ich das, anstatt dem Prozess zu vertrauen, anstatt zu vertrauen, dass dir gute Sachen passieren im Leben. Wenn du auch gute Sachen gibst, wenn du gibst, um zu geben, wenn du gibst, um, wenn du die Geschichte schreibst mit euch beiden, du sitzt in dem Zug und ihr habt nicht viel Zeit, um euch kennenzulernen, aber diese von mir aus zwei Stunden, die ihr im Zug miteinander sitzt, dass die, die fühlen sich an, als ob ihr euch ein ganzes Leben kennt, als ob ihr, als ob ihr, als ob du noch nie jemand anderen gehabt hättest, dem du so sehr vertrauen kannst. Diese Offenheit zu haben, diese Verletzlichkeit zu zeigen, so damit auch die, der, 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 der Hint auf die letzte Podcast-Folge, zum Thema Verletzlichkeit, die du dir anhören kannst. Diese Verletzlichkeit zu zeigen und, und, ähm, mit jemand anderem dadurch zu connecten, das ist wohl genau dann diese Magie, der, der Geschichten passiert. Diese Offenheit zu haben, nicht zu sagen so, okay, ja, ich, ich muss sie dann, ich muss sie dann nochmal wiedersehen, ich muss Kontaktdaten mit ihr tauschen und so weiter, wie du gerade gesagt hast, was, was all, was Jays Freude dann alle so erzählt haben oder, oder hätten oder was auch immer. Und das, was du vielleicht als Zuhörer auch wahrscheinlich denkst. So, ja, dann, ich, ich muss doch, das war doch schön, das war doch gut, dass ich jetzt hier jemanden, jemanden getroffen habe und so eine gute Verbindung mit ihm hatte oder mit ihr hatte vielmehr, so eine gute Verbindung mit ihr hatte, ähm, das müssen wir ja weiterführen. Aber genau dieses Weiterführen hat zu einem sehr großen Prozentsatz, das Potenzial, diese, genau diese Magie herauszunehmen. Warum halt, warum irgendwie was, was versuchen, passend zu machen, was für den Moment gut genug war? Warum doch irgendwie etwas noch weiterführen müssen? Und das müssen wir gar nicht so auf, auf diese, auf diese sehr romantischen und sehr, sehr schönen Geschichten, ähm, hochskalieren. Das kann auch einfach eine kleine Begegnung am Tag sein. Das kann aber auch sein, dass du eine Frau auf ein Date triffst und es ist der, der schönste, in Anführungszeichen, One-Night-Stand, den ihr habt, aber One-Night-Stand, in Anführungszeichen, weil es halt nicht einfach nur irgendwie darum geht, irgendwie Sex zu haben und, und das irgendwie, dass ihr beide euch gegenseitig zum Orgasmus bringt, sondern, weil das sich einfach richtig für den Moment anfühlt und dann, dann gehst du aus ihrer Tür und ihr beide setzt einen Punkt am Ende. Und das war gut. Das war schön. Das war schön, diese Person kennenzulernen. Ich hatte viele wirklich wunderschöne One-Night-Stands, die genauso, die nicht anders hätten sein sollen, die ich genauso schreiben wollte und die genauso für uns beide wirklich im Buch der Erinnerung ihren Platz gefunden haben. Eine Frau zum Beispiel. Ich werde jetzt heute öfters von Erlebnissen aus Florenz erzählen. Das Ganze ist nämlich sehr aktuell bei mir, denn in zwei Monaten, ja, genau, in zwei Monaten, ja, ziemlich genau, werde ich wieder in Florenz sein. Und da gehen wir dieses Jahr nämlich wieder unseren Workshop Verlieben in Florenz. Und wir haben die ersten beiden Termine angekündigt, vor Monaten schon, Anfang des Jahres, Januar, Februar. Und dann waren sie innerhalb von kürzester Zeit, waren die ausverkauft. Also, alle beide Termine ausverkauft. Fünf Männer pro Gruppe mit mir zusammen. Extrem kleiner, extrem persönlicher Bezug, wo wir zusammen wohnen, wo wir zusammen weggehen, wo wir die Stadt kennenlernen, wo wir Frauen kennenlernen, wo wir jeden, jeden Quadratmeter, dem wir gehen, dieses schöne Geschichtenschreiben wirklich zu unserem, Teil unserer Realität machen und Teil von unserem Sein. Und da begegnen wir Frauen, wir begegnen Menschen, wir tanzen auf der Straße, wir schauen uns den Sonnenuntergang an mit Frauen. Das ist Romantik pur. Wenn du es dir wirklich so vorstellst, als Traum, als Traum, als etwas, was dir im Traum passieren würde, dass du durch so eine wunderschöne Renaissance-Stadt spazieren gehst, eine Frau kennenlernst, die sich gerade ein Kunstwerk anschaut und dann mit ihr gemeinsam weiterspazieren gehst und den ganzen Abend mit ihr verbringst und dann zum Schluss mit einem Glas Wein vor dieser Silhouette der Stadt sitzt, weil du einfach das Ganze mit ihr nochmal zum Ausklingen genießen möchtest und sie dann küsst und dann ihr gemeinsam zu ihrer Wohnung spazieren geht mit Dachterrasse und dann dort auch nochmal mit Musik begleitet den Abend genießt. Das ist alles Realität, das ist alles schon längst passiert. Das ist genau, was wir dort machen. Exakt das ist schon passiert und da kann ich dir noch mehr Anekdoten von erzählen. Aber zunächst mal diese eine Frau, die ich dort kennengelernt habe, die auch wirklich ein One-Night-Stand war, aber nicht im Sinne von, wie du es gerade beschrieben hast, Dominik, als einfach nur wir wollten beide Sex und das war es. Nein, wir wollten beide eine besondere Begegnung haben. Wir wollten beide, dass das eine Bedeutung hat, dass der Mensch, den wir für heute in unser Herz lassen, einen besonderen Ort in unserem Herzen verdient hat und den für alle Zeiten beanspruchen kann. Und genauso haben wir es gemacht. Ich habe ihr von dieser Philosophie erzählt und dadurch wusste sie, woran sie ist. Sie wusste, dass wir uns nicht danach für eine Fernbeziehung weiterhin verabreden würden. Und sie wusste, es ist jetzt gerade wunderschön und ich möchte es jetzt wunderschön haben. Und sie hat mir erzählt, dass sie das normalerweise nicht macht, dass sie normalerweise Männer ungern in ihr Herz lässt, weil dann kommen sie sich näher und dann ist irgendwann mal jemand verletzt, wenn das Ganze nicht funktioniert. Und das kann ich natürlich verstehen und die Sorge, die haben wir alle, dass wir eine Frau nicht verletzen wollen. Das ist legitim. Deswegen ist es ja so wichtig, ehrlich zu sein mit seinen Bedürfnissen von Anfang an. Und ich habe ihr eine Alternative angeboten. Die Alternative ist, dass wir für heute eine wunderschöne Geschichte schreiben und dann gemeinsam einen Punkt setzen, sodass wir uns ewig daran erinnern können. Und als wir uns verabschiedet haben am nächsten Tag, so sie hat bei uns übernachtet und am nächsten Tag sind wir nochmal essen gegangen und dann haben wir uns verabschiedet und da hat sie mir danach noch eine wunderschöne Nachricht geschrieben und hat gesagt, ich danke dir für diese Begegnung auf den Punkt. Also quasi Cheers auf die Begegnung und auf den Punkt, den wir gesetzt haben. Und ich war im Laufe der Jahre immer wieder mal wieder in Kontakt mit dir und ihr geht es wundervoll. Sie hat erzählt und das ist auch nicht das erste Mal, dass eine Frau mir später, Jahre später noch schreibt. Ich habe ja auch schon mal die Geschichte erzählt von einer E-Mail, die ich Jahre später bekommen habe von einer Frau, mit der ich ebenfalls nur ein paar Wochen zusammen verbracht habe. Und ihr Leben ist viel reichhaltiger geworden. Sie genießt ihr Leben viel mehr. Sie nutzt Chancen und das ist genau das, was ich mir für sie auch gewünscht habe, dass sie keine Angst hat vor Romanzen, selbst wenn sie nur kurzfristig sein sollten, weil das müssen sie nicht. Sie können ein Leben lang andauern und diese Romanzen, die sind viel, viel wichtiger, wenn du dich daran zurückerinnerst, als die Angst, irgendetwas nicht zu tun. Wie wir vorhin ja wieder mal besprochen haben, Dominik, die berühmte Hospizschwester und das Buch, das ich immer wieder erinnere, die fünf Dinge, die sterbende Menschen am meisten bereuen. Bronnie Ware heißt hier Hospizschwester. Sie hat ja selber geschrieben, was die meisten Sterbenden, die sie begleitet hat, gesagt haben, was sie bereuen und das ist genau das, worum es geht. Das ist quasi die Antithese zu dem, was ich euch mitgebe. Die meisten Sterbenden bereuen es, ein Leben gelebt zu haben, das nicht nach ihrem Design war. Du musst dir mal vorstellen, wenn du diesen Planeten irgendwann verlässt, dann wirst du dir die Frage stellen, bin ich glücklich mit meiner Geschichte? Bin ich stolz auf meine Geschichte oder habe ich lediglich eine Nebenrolle gespielt in der Geschichte von anderen? Und wenn das die Antwort auf deine Frage sein wird, dass du lediglich ein Statist warst für andere, dann tut das In deiner eigenen Geschichte. Statist in deiner eigenen Geschichte. Ja. Dann wird das verdammt wehtun. Aber dann gibt es kein Zurück mehr. Dann ist es vorbei. Und aus dieser Weisheit, die uns zum Glück andere Menschen mitgegeben haben, müssen wir lernen, während wir noch eine Chance haben. Und wenn du schon 50 bist, dann nutzt die restlichen 10, 20, 30, 40 Jahre, die du hast. Es ist immer noch verdammt viel Zeit, um jetzt anzufangen, den Rest deines Lebens als wunderschöne Geschichte zu schreiben. Mit ganz vielen Kapiteln, an die du dich gerne zurückerinnerst. Wenn du 40 bist, dann hast du umso mehr Zeit, 30, 20. Schreib jetzt. Fang an, jetzt die schönen Geschichten zu schreiben. Ich erinnere mich auch gerne an den Martin. Und die Geschichte habe ich, denke ich, schon mal erzählt, aber glaube ich, noch nie so in dieser Fülle. Deswegen mache ich das sehr gerne. Der Martin, der ebenfalls mit uns kam nach Florenz, der war fast komplett taubstumm. Also er konnte schon sprechen, aber man hat das deutlich gehört, dass er in einen Hörschaden hatte seit seiner Geburt. Und deswegen hat er ein Hörgerät getragen, um irgendwas zu hören und er konnte sich auch mit Worten verständigen, aber er konnte Gebärdensprache, weil das war die, das war die Sprache, die er, mit der er dann immer mit seinen Eltern und den Helfern kommuniziert hatte in der Schule. Und er hat mich gefragt, Andi, wie soll das ablaufen, wenn ich in Florenz bin? Ich kann kaum Englisch, ich kann überhaupt kein Italienisch und mit meinem Hörfehler, wie soll ich mich denn verständigen? Und ich habe ihm gesagt, Martin, mach dir keine Sorgen, die Sprache der Liebe ist universal, die wird überall gleich gesprochen, ja, notfalls wirklich mit Händen und Füßen, habe ich auch schon gemacht, habe auch schon mit Frauen wunderschöne Wochen verbracht, mit denen ich kein einziges Wort wechseln konnte, wo wir einfach nicht dieselbe Sprache gesprochen haben, aber es hat trotzdem funktioniert, durch Augenkontakt, durch das, was zwischen den Worten steckt, ja, durch Kommunikation, von der wir wissen, dass sowieso weniger als 20% verbal abläuft und 80% durch Mimik, Gestik und deine Energie, so, also, die Worte sind egal, und am ersten Abend schon, als wir dort waren, ist es gemeinsam weggegangen, und am ersten Abend sind wir schon in eine der Bars dort gegangen, in die ich sehr gerne gehe, wunderschön dort, und dann ist er auf die Barkeeperin zugegangen und hat per Zeichensprache ihr gesagt, ich finde dich sehr schön, und sie hat per Zeichensprache geantwortet, das musst ihr mal vorstellen, ist das Glück, ist das Zufall, oder ist das, weil er sein Leben nach seinem Design leben wollte, und er gesagt hat, es ist mir alles egal, was passiert, welche Reaktion ich bekomme, ob sie mich versteht, das ist mir egal, ich werde die Geschichte wunderschön schreiben, und das ist ein echt toller Start in eine wunderschöne Geschichte, dass du einer Frau so ein authentisches und unabhängig gegebenes Kompliment gibst, ich finde dich sehr schön. Er wollte ja auch einfach nur geben, so, die, in dem Moment, wenn wir geben vom Herz aus, einfach, weil wir geben wollen, weil wir jemandem, und jetzt in diesem Fall, er wollte dir einfach sagen, wie schön er sie findet, das war super ehrlich, und ich kenne Martin so, das war ehrlich von ihm, das war kein, okay, ich mache das jetzt heute 50 Mal und dann mal schauen, was hängen bleibt, dann wäre er auch nicht mehr zu dem Workshop gekommen, genau, der hätte ja schon vorher sich ausgefiltert durch diese Philosophie, genau, das war super ehrlich, und es ist manchmal so unbegreifbar und spooky und magisch, wenn wir geben, einfach um zu geben, was dann zurückkommt, wie schnell etwas zurückkommen kann und wie viel zurückkommt, wenn wir geben, um zu geben und nicht geben, um zu bekommen, das ist der große Unterschied, weil wie viele Männer und vielleicht auch du als Zuhörer gehst da vielleicht raus, vielleicht in die Clubs, in die Bars und so weiter und gibst ein Kompliment in der Hoffnung, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, dann kann das hier und da klappen, absolut, ich sage nicht, dass das überhaupt nicht klappt, aber der Effekt, was du zurückbekommst, wenn du sagst, ich brauche gar nichts zurück, wenn du das von Herzen sagen kannst, ich gebe einfach, weil ich in Fülle bin, dann wirst du so viel zurückbekommen und einfach, weil du es nicht erwartest und also weil du dem Prozess vertraust, genau, weil du dem Prozess vertraust, weil du weißt, dass die Welt ein guter Ort ist und dass die Welt auf deiner Seite ist und wenn wir zum Beispiel geben, ist das jetzt auf der Ebene des Liebens, also wenn wir einfach Liebe geben, wenn wir Aufmerksamkeit schenken, wenn wir jemandem eine gute Zeit bereiten, dann wird das auch zurückkommen, das gleiche ist mit Geld, ja, gib mal mehr Trinkgeld zum Beispiel, spende mal was, einfach um zu tun, spende mal so viel, dass es dir vielleicht sogar gerade wehtut, mach das mal, du wirst sehen, was du zurückbekommst. Ich habe dieses Jahr mehr Geld gespendet als jemals zuvor in meinem Leben, ich habe dieses Jahr auch mehr Geld verdient als jemals zuvor in meinem Leben und das Spenden kam zuerst, ja, das ist einfach eine ganz klare Korrelation, da hast du völlig recht. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, also darüber reden Menschen, Napoleon Hill, think and grow rich, denke nach und werde reist, da haben Menschen jahrhundertelang schon genau drüber gesprochen, wenn du gibst, wirst du zurückbekommen und wenn du gibst, einfach um zu geben, wirst du zurückbekommen und das ist halt wieder so eine Sache, das verstehen wir nicht, das ist wie das Auto, keine Ahnung, wie es funktioniert, es gibt Leute da draußen, die wissen, wie Autos funktionieren, ich habe keine Ahnung, mein Vater hat es versucht mir zu zeigen, blank, so, keine Ahnung, ich setze mich rein und fahre, ich muss nicht wissen, wie es funktioniert, ich mache es einfach und indem ich Liebe gebe, werde ich auch einfach so viel zurückbekommen, indem ich Menschen eine gute Zeit um mich herum bereite, einfach weil ich möchte, dass die Menschen um mich herum eine gute Zeit haben, werde ich so viel zurückbekommen. es ist das Vertrauen wirklich, das Vertrauen darauf, dass du imstande bist, eine schöne Geschichte zu schreiben und dann brauchst du nicht mehr als das, das ist das Vertrauen auf den Prozess, wie du es gesagt hast, dann erübrigen sich alle anderen Fragen, alles verschwört sich für dich, pro Neujahr, wie du immer sagst, Dominik, die Welt hat sich dann für dich verschworen. Als ich das erste Mal den Workshop in Florence gegeben habe, habe ich keine Ahnung gehabt, wo ich den letzten Abend schlafen werde. Ich habe einfach keine Unterkunft gebucht. Ich habe mir gedacht, ich lasse mich auf den Prozess ein, ich lasse mich auf das Abenteuer ein. Und an dem Workshop habe ich eine Frau kennengelernt, die Künstlerin war, Modedesignerin, also tatsächlich hat sie, wie sagt man, genäht und ihre eigenen Kleider genäht und sie hat jetzt eine kleine Boutique in Paris. Tolle Frau, wunderschöne Frau, bin immer noch mit ihr in Kontakt. Das Ganze ist jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her. Und ich habe sie gesehen vom ersten Augenblick an, das war am zweiten, dritten Workshop-Tag, habe sie gesehen vom ersten Augenblick an und konnte nicht anders. Wir haben uns auch alle gegenseitig angesteckt in dieser Energie. Das ist einfach magisch und ich konnte nicht anders. Die Männer waren gerade alle am Reden mit anderen Frauen, die waren am Lachen, die Frauen. Und es ging jedem gut. Es war einfach so eine positive Grundstimmung in der Luft und ich habe sie gesehen und bin auf sie zugegangen und habe einfach gesagt, wow. Ich habe keine Ahnung, was ich danach gesagt habe, weil ich weiß noch, es ging los mit wow. Und ich hatte ein riesengroßes Grinsen in meinem Gesicht und dann, ich weiß, ich habe ihr gesagt, dass ich sie wunderschön finde, das 100 Prozent, aber was genau, kann ich dir nicht sagen, ist auch unwichtig. Ich weiß, dass sie mich zurück angestrahlt hat und dass wir uns dann verabredet haben, als die Teilnehmer gegangen sind. Ein paar Tage später haben wir die nächsten drei Tage miteinander verbracht und dann hat sie mich gefragt am letzten Abend, ja, wo schläfst du denn heute? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Und das war dann um 16 Uhr, 17 Uhr oder sowas, hat sie gesagt, wo schläfst du denn heute? Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Wie, du hast keine Ahnung? Ich habe mir noch nichts gebucht. Und ich habe mich einfach darauf eingelassen. Ich habe ihr gesagt, ich weiß es nicht. Ja, ohne Erwartungshaltung. Und dann hat sie es mir angeboten. Schlaf doch bei mir. Ja. Und das ist eine Fügung. Diese Fügung, die kann sich nicht fügen, wenn du dich nicht darauf einlässt. Du musst wirklich mal Kontrolle abgeben, damit so eine Fügung überhaupt passieren kann. Wenn du denkst, dass du alles kontrollieren musst, 100 Prozent, und du hast dieses Ganze, diese ganzen extra Komponenten im Kopf, die du, die alle, wo du überall einen Haken setzen musst. Sie mag mich, sie finde mich gut, sie hat Zeit, sie hat mir ein gutes Zeichen gegeben, sie hat ihre Haare berührt, da ist noch ein Anzeichen dafür, dass sie mich mag, noch ein Anzeichen, noch ein Anzeichen. Ich fühle mich heute gut, da sind keine Leute, die mich beobachten. All diese Dinge, wo du einen Haken setzen möchtest, das kannst du gar nicht alles kontrollieren. Und deswegen geht es schief. Weil du ein Perfektionist bist, der sein Schicksal anderen abgegeben hat. Und deswegen bist du der Statist in deiner eigenen Lebensstory oder der Statist in ihrer Geschichte. Es passiert einfach nichts. Gib die Kontrolle ab. Wenn du die Kontrolle abgibst, und du sagst, ich muss nicht alles kontrollieren. Ich weiß, dass ich den Teil, den ich designen kann, den werde ich wunderschön designen. Ich werde anfangen, Frauen meine Zuneigung zu zeigen. Ich werde keine Angst mehr davor haben, dass ich dann bedürftig rüberkomme. Ich scheiße auf Bedürftigkeit. Bedürftigkeit ist ein Begriff, den verwenden Männer, die Angst haben, dass sie irgendwas falsch machen. Ich, ist mir egal, ob ich jetzt was falsch mache oder nicht. Ich will einfach nur am Ende meines Lebens zurückblicken, dieses Buch aufmachen und dann wissen, dass das eine Geschichte ist, an die ich mich gerne zurückerinnere. Das ist mir das Wichtigste. Und dann hast du keine Angst mehr. Dann gibt es keine Bedürftigkeit. Und mit dieser Lockerheit fließt es auch. Ja, mit der passieren viel mehr schöne Dinge. Genauso, das ist es ja, genauso wie es auch in den Hollywood-Filmen immer dargestellt wird. Das ist kein Quatsch. Es ist Quatsch, wenn du abhängig bist, wenn du ein Resultat brauchst. Dann passiert das nicht. Diese, die, die Hollywood-Vorstellungen, dass jemand einer Frau hinterher stalkt und sie dann sich in ihn verliebt, die sind deswegen Quatsch, weil er von ihr abhängig ist. Aber die Filme, in denen, und von denen gibt es einige, die du dir, von denen ich dir auch einige gerne nennen kann, die du dir anschauen kannst. Ja, schau dir mal Vicky Christina Barcelona an oder die, die Sunrise, Sunset und Midnight-Reihe. Das sind Filme, die wirklich genau so mir und unseren Teilnehmern schon passiert sind. Wirklich. Das ist ja das Verrückte. Du kannst dein Leben so gestalten, wie in einem Film. So romantisch. Wie du es dir immer vorgestellt hast. Das ist möglich. Nick, noch ein Teilnehmer, der mit uns in Florenz war, der hatte so einen Druck auf dem Nacken, weil er gut aussah. Ja. Und weil er intelligent ist und er war jung und er hatte den Eindruck, dass er eigentlich die ganze Welt erobern kann. Und er hatte so einen Druck auf dem Nacken, dass er Ergebnisse für sich einheimst in Florenz. Das war auch genau der Grund, warum er zu mir gekommen ist, weil er gemerkt hat, ich bin gar nicht so toll, wie ich eigentlich denke. Ich bin massiv von Frauen abhängig. Und deswegen klappt es auch nie mit den Frauen, in die ich mich verliebe. Die wollen alle nach einer Weile nichts mehr von mir wissen, nach wenigen Wochen. Und er kam mit nach Florenz, also nur, dass du Bescheid weißt. Gerade diejenigen, von denen wir glauben, dass ihr eigentlich die Welt zu Füßen, dass ihnen die Welt zu Füßen liegt, nee, ist nicht so. Hat es mit gar keiner Frau wirklich hinbekommen. Und an einem der Abenden habe ich ihm gesagt, so, heute tust du genau das Gegenteil von dem, was du sonst tust. Ich möchte, dass du heute die eine Frau aussuchst und ich habe das die Cinderella Challenge genannt, weil das ist einer dieser Challenges, die ich gerne im Coaching anwende, wenn ich merke, dass es einfach nötig ist, um dich auf dieses nächste Level zu bringen, mental, aber auch wirklich mit deinen Resultaten. Diese Challenge bringt dich komplett in den Prozess, ins Tun, ins Machen, ins Geschichtenschreiben, weil er sollte sich die Frau an diesem Ort aussuchen, von der er am wenigsten wollte, die für ihn überhaupt keine sexuelle Anziehung auslöst, die am traurigsten aussieht, wirklich einfach ohne das abwertend zu meinen, aber es gibt Anziehung, wo wir uns anziehen und es gibt Abstoßung, wo wir uns eben nicht anziehen, wie zwei Magneten, wenn du da den falschen Pol aneinander machst, dann gibt es Abstoßung. Und er sollte sich diese Frau aussuchen, wo er null Anziehung verspürt, sondern im Gegenteil sogar denkt so, niemals, niemals würde ich was mit ihr anfangen. Und du sollst auf diese Frau zugehen und ihr den Abend deines Lebens schenken. Schenk ihr bis Mitternacht, eine volle Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem, wann ich dir das sagen werde. Schenke ihr bis Mitternacht den Abend ihres Lebens. Gib einfach nur. Gib ihr deine Aufmerksamkeit. Überschütte sie mit Komplimenten. Zeig ihr, dass es tatsächlich jemanden gibt, der sich mal um sie kümmert, der für sie da ist. Und du wirst sehen, was passiert. Und das fiel ihm verdammt schwer. Er hat mich dafür verflucht, aber er hat es gemacht. Und ich weiß doch genau, wie sie dann in der Ecke saßen und wie er auf einmal mit dieser Frau, wie er total engaged war in dieser Unterhaltung. Es hat ihm richtig Spaß gemacht. Er war so voller Freude, dieser Frau eine schöne Zeit zu schenken, dass sich das auf ihn übertragen hat. Und das hat man gemerkt, dieses Strahlen. Das war unglaublich. Er hat auch rüberzogen, er hat es länger als Mitternacht gemacht und danach hat er sich so befreit gefühlt. Dann kam er zu mir und hat gesagt, Andi, es hat so Spaß gemacht, ich fühle mich so gut gerade. Danke für dieses Erlebnis. Okay, alles gut. Schauen wir mal, was passiert. Und eine halbe Stunde später, sie ist gegangen, sie hat den Club verlassen. Eine halbe Stunde später sehe ich, wie er mit einer anderen Frau spricht, die wirklich bildhübsch aussah. Und mit dieser Frau ist er dann auch später nach Hause gegangen und er hat mir gesagt, Andi, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich hätte mich nie, nie getraut, auf diese andere Frau zuzugehen, die so bildhübsch war. Nie hätte ich mich das getraut. Früher immer den Schwanz eingezogen, weil er ja dachte, dass er so cool ist, dass alle auf ihn zugehen müssen. Und deswegen alle Erfolge, die er hatte, waren immer, bisher immer ausschließlich mit Frauen gewesen, die Interesse an ihm hatten, aber er nicht wirklich an ihn. Und deswegen hatte er das auch nie eine Zukunft gehabt, weil er wurde dann irgendwann abhängig, weil niemand anderes sich für ihn interessiert hatte. Und das war an diesem Abend komplett anders. Und hat dann noch mehr, noch mehr natürlich, also gerade bei diesen Männern, um das gerade einzuwerden, hat er noch mehr daran gearbeitet, noch cooler zu sein, noch irgendwie mehr Erfolg auszustrahlen und so weiter. Und noch mehr Status, was auch immer. Ja, anstatt das wirklich Problem anzugehen. Genau, genau. Ja. Nämlich seine Angst und seine Abhängigkeit. Und dann hat er gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Wie, Andi, wie hat das geklappt? Wieso konnte ich so auf sie zugehen? Nick, das hat deswegen geklappt, weil du 100% in die Gebermentalität gekommen bist. Weil du das gespürt hast, wie schön es ist, wenn du anderen ein Geschenk machst und du nichts zurückverlangst. Das fühlt sich so frei und befreiend an, so wunderschön. Du bekommst so viel tolle Energie wieder zurückgeschenkt, dass du nicht anders kannst, als wenn du jemanden siehst, der für dich die Verkörperung von Schönheit darstellt. Dass du nicht anders kannst, als hinzugehen und zu sagen, wow, ich finde dich wunderschön, wer bist du? Und da kommt keine Angst, da ist keinerlei Angst, keinerlei Zögern in deiner Stimme, kein Stottern, kein, nicht der Hauch von einer Frage, magst du mich auch? Nichts. Es ist das pure Geben. Hoffentlich klappt das. Genau, ja, dieses, dieses eklige Gefühl, auf das du selber nicht stolz bist, wo sich alles zusammenzieht, weil du weißt, dass du nicht 100% frei in deiner Haut bist. Nichts davon, komplett befreit von all dem, einfach so war er fähig, auf sie zuzugehen. Und diese Energie, die zeigt sich einfach. Wir haben am zweiten Abend, ich gestalte ja diese, diese fünf Tage, bring fünf Tage zusammen und alle diese Tage, die sind designt nach diesen Kapiteln, der modernen Romantik, wie ich es nenne. Das heißt, das erste Kapitel, Entdecken. Da geht es nicht darum, Resultate zu kriegen. Das allererste, wenn du irgendwo hinkommst, ist, fang an wieder zu entdecken. Was sind die Begriffe, die dir in den Kopf fallen, wenn du einen entdecken denkst? Neugier, sich auf den Prozess einlassen, Freiheit, Unabhängigkeit, ein Ziel finden, ohne dass du vielleicht nach einem Ziel ausschau hältst. Und genau das machen wir. Habenteuer. Wunderschön. Ja, Dankeschön. Und genau das machen wir. Der erste Tag, der ist dem Entdecken gewidmet. Es gibt keinen Druck. Da gibt es nichts, was du jetzt erreichen musst. Dinge passieren einfach und wir lassen einfach mal fließen. Und in diesem Fluss entdecken wir Menschen, Orte und die eigene Freiheit in uns. Der zweite Abend, das ist genau das, was passiert, wenn du angefangen hast zu entdecken. Denn dann siehst du Dinge, die dir gefallen. Du findest die Dinge, wo du sagst, diese Schönheit, das muss jemand ansprechen, diese Schönheit braucht jemanden, der das Ganze bezeugt. Der sagt, ich habe dich gesehen, du bist wunderschön. Ich bin jetzt hier, um dir das zu sagen. Denn wenn dir das keiner sagt, dann ist das eine Schande, dass so eine Schönheit einfach runtergeht. Und dann fängst du an zu verehren. Das heißt, das zweite Kapitel ist Verehrung. Wir verehren an diesem zweiten Tag. Und das ist einer der schönsten Tage, was danach passiert, wenn wir anfangen zu teilen, drittes Kapitel oder uns zu verabschieden, letztes Kapitel. Das macht das Ganze einfach, wunderschön rund. Aber am zweiten Tag, am Tag des Verehrens, sage ich immer, kurz vor Mitternacht, so um, nee, sorry, nicht kurz vor Mitternacht, kurz vor Sonnenuntergang. Das ist meistens. Sonnenuntergang ist etwa 20.30 Uhr. Ich sage etwa um 19 Uhr. Männer, um 20.30 Uhr. Wir schauen uns nochmal genauer an. Ich schaue den Wetterbericht, wann ist Sonnenuntergang. Wir befinden uns gerade in unserer Wohnung, wo wir zusammen wohnen, mitten in der Altstadt. Und es gibt eine Aussichtsplattform, das ist auf einem kleinen Hügel. Dauert etwa 30, 40 Minuten einzulaufen. Dieser Hügel ist auf dem Piazzale Michelangelo. Und dort treffen wir uns bei Sonnenuntergang. Und bei Sonnenuntergang kannst du dort nämlich die gesamte Stadt betrachten. Links die Weinberge. Falls du schon mal da warst, dann kennst du den Ort, dann weißt du, wovon ich spreche. Wenn du noch nie da warst, dann geh unbedingt mal hin. Links die Weinberge, dann in der Mitte der Fluss der Arno und die Brücken von der Westseite und der Ostseite, die zur Stadt, die dann auf der rechten Seite die Szenerie füllen, verbunden sind. Der Ponte Vecchio, diese berühmte Brücke, die steinerne Brücke, wo links und rechts Gebäude dran gebaut wurden. Kennst du vielleicht, wenn du Assassin's Creed gespielt hast? Diese berühmte Brücke. Und die Stadt hat diese absolut markanten Wahrzeichen, den Duomo, den Santa Croce, Ponte Vecchio, wie schon gesagt, die Uffizien. Und die Sonne setzt sich genau am Rande der Bergkette links ab und taucht die gesamte Szenerie in so ein wunderschönes pinkes Licht. Und du hast so einen starken Kontrast, weil die Silhouetten jetzt der Gebäude, die lassen sich ganz klar auszeichnen, alles in diesem pinken Licht gehüllt und du sitzt dort auf diesen Treppen und um dich herum, du kannst das Ganze förmlich riechen. Diese sommerliche Stimmung, junge Menschen, alte Menschen, alle sitzen da, Pärchen, trinken Wein oder ein Wasser und haben vielleicht Sixpack Bier dabei, manche hören Musik und wir werden uns genau dort treffen bei Sonnenuntergang und jeder von euch wird bei Sonnenuntergang, wenn wir dort sind, ein Date haben und das Staunen ist jedes Mal groß, der Druck ist jedes Mal groß, alle denken sich, was, wie soll das denn klappen? Keiner von ihnen hatte bisher ein Date gehabt, wir sind jetzt gerade erst, gerade erst mal hier in der Wohnung, wie sollen wir denn in den nächsten 40 Minuten oder okay, wir strecken die Zeit ein bisschen, 90 Minuten, wie sollen wir denn, bis wir dort angekommen sind, ein Date haben? Wie soll das gehen? Jungs, hier, das ist möglich, meine Hand ins Feuer. Ich habe schon zehn dieser Workshops gegeben, jedes einzelne Mal, wo wir in Florenz waren und ich am zweiten Abend und ich habe das jedes Mal gesagt, also jedes Mal am zweiten Abend habe ich gesagt, jeder von euch wird dort oben ein Date haben und jedes einzelne Mal hatte jeder einzelne Teilnehmer bei Sonnenuntergang dort oben auch ein Date. Jedes Mal, jeder eins und das ist eine Statistik, die nicht positiv rein auf mich abfärben braucht, sondern gerade auf die Fähigkeit, die schon längst in dir steckt, denn wenn du innerhalb von 90 Minuten ein Date haben kannst, dann kannst du das jederzeit, wenn das so viele Männer über die Jahre hinweg hinbekommen haben, dann ist das nicht, dann ist das irgendwann nicht einfach nur ein, dann kann man das nicht mehr als Zufall oder Glück abstempeln. Dann steckt da irgendwas Wahres dahinter, mein Lieber. Und dann steckt da auch was Wahres hinter dieser Philosophie, hinter all dem, wovon ich spreche, dass nicht einfach nur eine Alternative, ein ganz nettes Gebabble ist, ein ganz nettes Gesülze zu, wie man Frauen kennenlernen kann. Nein, verdammt, das ist die Wahrheit. Das ist der Weg, wie du Frauen ab sofort auf eine wunderschöne, nachhaltige und gesunde Weise kennenlernen, ansprechen, auf Dates gehen kannst und sie zu deiner Freundin machen kannst. Garantiert. Und wenn du das tust, was ich dir sage, wenn du mitmachst und wenn du mit mir in Florenz sein solltest, dann kann ich dir genau dieselbe Garantie aussprechen, dann werden wir dort ebenfalls gemeinsam sitzen und du wirst mit einer Frau sprechen und sie wird über ihr Leben erzählen und du wirst ihr Fragen stellen und sie wird sich für dich interessieren und ihr werdet gemeinsam dort sitzen und vielleicht gehen wir dann alle danach noch, wie wir es auch oft gemacht haben, danach noch Abendessen und treffen uns danach nochmal wieder und gehen in die Abendplanung und am Ende des Abends werden wir vielleicht alle auf der Dachterrasse, übrigens die Wohnungen, die sind alle schon gebucht für dieses Jahr, oh Mann, das ist wieder mitten in der Altstadt mit Dachterrasse. Ich liebe diese Zeit. Dieser Workshop ist für mich das absolute Highlight jedes Jahr und ich habe es jetzt seit 2018 nicht mehr gegeben, diesen Workshop. Dieses Jahr jetzt wieder zum ersten Mal und auch wirklich zum einzigen Mal. und ich werde, das ist so wunderschön. Das ist der absolute Hammer. Dort dann werden wir auf der Dachterrasse gemeinsam Musik hören und mit den Frauen dort einfach genießen, 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 genießen. Und die Abenteuer, die die Männer dort erlebt haben vom Christian, der Jungfrau war, als er zu uns gekommen ist, mit Mitte 20, noch gar keine Erfahrung, gar keine sexuelle Erfahrung, noch nie eine Frau geküsst, ungeküsst, kam er in den Workshop. Und dann hat er dort, genauso wie ich es beschrieben habe, auf der Dachterrasse, mit dieser Frau geflirtet, gesprochen, ging in die Tiefe und am selben Abend hat er sich in der Situation wiedergefunden, wo diese Frau vor ihm auf dem Bett splitterfasernackt gelegen ist und er sich die Frage gestellt hat, wie habe ich das hinbekommen? Wie hast du das hinbekommen? Du hast eine wunderschöne Geschichte geschrieben und das liegt in deiner Macht. Das, mein Lieber, liegt 100% in deiner Macht, in deinen Fähigkeiten. Das ist möglich. Und, mein Lieber, das ist auch für dich möglich. Egal, wer du bist, egal, wie alt, egal, ob du einen Hörschaden hast, ob du mit 40 noch Jungfrau bist, wir haben die Beweise alle schon links in der Hand, es ist für jeden möglich, mein Lieber, es ist so krass, du kannst heute ein Date haben, du hörst diese Podcast-Folge, du schaust dieses Video und du kannst heute noch ein Date haben. Wie irre ist das? Du denkst dir, nee, wie denn, wie soll ich das schaffen? Ja, klar, weil du noch in diesen alten Kategorien denkst, weil du noch nicht in diese Energie eingetaucht bist, weil du noch nicht dabei warst. Und weil du noch wie fragst. Richtig, du stellst die falschen Fragen. Denn wenn du das wie vor dir als die größte Frage stellst, dann wirst du dir immer wieder andere wie Fragen stellen. Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich diese Fehler vermeiden? Wie soll ich es machen, dass sie mich mag, dass sie mir all diese Anzeichen gibt? Worauf muss ich noch alles achten? Du bist von einer Problemlösung zur nächsten Problemlösung und du erschaffst mit jedem Problem zehn weitere Probleme in deinem Kopf. Das wie ist ein riesenloses Problem. Stell dir die Frage, warum? Warum sollte ich auf diese Frau zugehen? Und die Antwort ist, weil ich eine wunderschöne Geschichte schreiben möchte und am Ende meines Lebens mit Stolz darauf zurückblicken will. Egal, ob es nur eine Nacht war, ein Monat war oder den Rest meines Lebens mit dieser Frau. Diese wunderschöne Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbracht habe. Ja. Übrigens auch für die Männer, die in einer Beziehung sind, da hatten wir noch jemanden dabei. Ebenfalls einen Nick, der eine Freundin hatte, als er nach Florenz kam. Und er wollte dort während dieses Workshops für sich einfach herausfinden, ob sie die eine sein könnte, ob er noch weiter Erfahrungen sammeln soll oder was was jetzt die Antwort ist auf diese Frage. Und er kam, um zu lernen, was Liebe bedeutet. Und im Verlieben in Florenz Workshop hat er genau das gelernt. Er hat gelernt, was Liebe und Verlieben wirklich heißt. Und er ist zurückgegangen. und er hat dieser Frau einen Antrag gemacht und mittlerweile sind sie seit sechs, sieben Jahren verheiratet. Liebe ist der Begriff, den wir alle, den wir alle gerne an erster Stelle sehen würden, aber zu dem sich kaum jemand traut, ihn auszusprechen. Weil wir Angst haben, dass wir einen Fehler machen, dass wir nicht zurückgeliebt werden. Und das ist die Tragödie, weil es dreht sich alles um die Liebe. Und wenn du das verstehst, dann kannst du vom ersten Augenblick an wirklich anfangen zu verehren, was der erste Schritt von Liebe ist. Wirklich die Entscheidung zu treffen, ich werde jetzt einfach geben, all meine Energie, all meine Fürsorge dieser Frau schenken, die jetzt gerade vor mir steht. Und es ist mir völlig egal, welche Reaktion ich bekomme. Und das, mein Lieber, das ist wirklich uneigennützige Liebe, wenn du geben kannst, ohne etwas zurückzuverlangen. Ja, jemand wie der Andreas, Mitte 50, ebenfalls, kam da an, gescheiterte Ehe, Kinder, die er mit einer Frau gezeugt hat, die, wo er nie wirklich gedacht hat, dass er sie liebt. Aber es gab einfach niemand anderen, der sich für ihn entschieden hat. Und er war 20 Jahre mit ihr zusammen. Die Kinder liebt er natürlich, aber hätte er das Ganze anders machen können, dann hat er gesagt, dann hätte ich mir diese Frau nicht damals ausgesucht. Beziehungsweise er hat sie sich ja nicht ausgesucht, er wurde von ihr ausgesucht. Schicksal, dass viele Männer kennen. Er war dann da. Aber er hatte nicht so das Sagen da drin, an irgendeiner Stelle Stopp zu sagen, weil das auch nicht in seiner Realität war, dass er sagen könnte, okay, ja, das passt vielleicht nicht mit uns beiden. bis hierhin war gut. Danke. Nee, sondern das Schicksal, was viele Männer haben, und es kommen ja viele Männer zu uns, die eine Ehe hinter sich haben und schon Kinder haben und die, die dann sehr überrascht sind, dass sie dann tatsächlich eine ganze Menge toller Frauen kennenlernen können und plötzlich sich in der Situation wiederfinden, wo sie auswählen können. Und das meine ich gar nicht abwertend irgendwie, oh, ich will mir jetzt hier die Beste aus, sondern das ist auf Augenhöhe. Du kannst dir endlich, du kannst endlich auch was dazu sagen, wer deine Partnerin ist und nicht einfach die nehmen, die sich gerade irgendwie so in dein Leben schleicht, nicht, dass sie das Böse meint, sondern einfach, weil du nie wusstest, welche Frau du eigentlich haben willst. Das ist traurig. Das ist so traurig. Sehr viele Schicksale, ja. Es ist so traurig, weil es so vermeidbar ist. Und der Weg ist nicht so lang. Es ist echt nicht so lang, wie du glaubst. Dieser Mann, dieser Andreas, der hat dann in den selben Tagen hat er es geschafft, dass er so frei und ohne Angst zu haben auf Frauen zugegangen ist. Der hat auf einmal sich getraut, auf eine Kellnerin zuzugehen, die er so wunderschön fand, aber wo er sich früher nie getraut hätte, mit ihr zu sprechen. Und er hat dann einfach gesagt, hey, wann hast du Feierabend? Er hat schon die ganzen Tage, währenddessen einfach mit ihr geflirtet, 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 einfach weil er nichts gebraucht hat. Es war einfach frei und hat geflossen. Und dann hat er irgendwann am vierten Tag oder so gesagt, wann hast du Feierabend? Komm, wir schmeißen heute eine Hausparty bei uns. Komm vorbei. Und dann kam sie, hat ihre Freundin mitgebracht. Und es war so ein schöner Abend. So ein schöner Abend. Auch er ist mit dieser Frau immer noch in Kontakt. Kontakt. So viele der Männer, die die Frauen dort kennenlernen, die sich dort verliebt haben, sind immer noch in Kontakt mit diesen Frauen. Ich habe mich ja auch persönlich mit vielen dieser Frauen, die ich dort kennengelernt habe. Die Kapitel, die du anfängst zu schreiben, wenn du anfängst, eine schöne Geschichte zu schreiben, die können nach einer Weile vorbei sein, aber das müssen sie nicht. Das ist ja das Verrückte. Wenn du wirklich loslässt, die Kontrolle einmal abgibst, das ist so viel angenehmer für beide. Da ist so viel weniger Druck da für dich als auch für die Frau. Und das Gesetz der Gefühlsübertragung besagt, so wie du dich fühlst, wird sich auch dein Gegenüber fühlen. Und wenn du dich entspannen kannst, wirklich entspannt bist und dennoch auf sie zugehst, das Ganze aufs nächste Level lebst, sie ihrer an die Hand nimmst, sie küsst, weil du da einfach Lust drauf hast und es einfach so aus dir rausfließt, dann wird sie das genauso mitmachen, weil sie das einfach so schön findet, dass jemand einfach mal loslässt und sie dorthin geleitet in diese wunderschöne Ära der Freiheit. Mein Lieber, das hast du auch verdient. Ich möchte dir einfach mal ein paar Stimmen zeigen, die das ebenfalls erlebt haben. Hörst dir einfach direkt mal an, was die Männer dort erlebt haben. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Ich konnte meine Erwartungen nicht ganz in Worte füllen, aber die Erwartungen, die ich dann, oder Erfahrungen, die ich machen durfte, waren so weit, dass ich sagen würde, bis zu diesem Punkt meines Lebens war es die beste Woche meines Lebens. Mein persönliches Highlight war es anzukommen, in dieser Stadt neue Leute kennenzulernen und direkt am ersten Abend wegzugehen und am Ende in drei Pärchen-Grüppchen oben auf Piazza del Michelangelo zu sitzen und quasi ein Spontan-Date direkt in einer neuen Stadt am allerersten Tag zu haben. Ich habe jeden Tag etwas Neues gelernt und jeden Tag bin ich über meinen eigenen Schatten gesprungen. Und Andi hat dann mit einem sehr schönen Thema angefangen und zwar über Beziehungen zwischen Mann und Frau. Und weil das sind so diese Themen, die Andi auch sehr gut angesprochen hat. Ach, ich liebe es. Und dann auf jeden Fall geile Szene, wo dann die eine so und dann die so eine Oh, you're so sexual. Ich bin auch quasi so dahingeschmolz nicht so. Hm, ja, das ist ja. Ich bin mir sicher an euch Leute da draußen, ihr werdet bei diesem Workshop einige Erfahrungen mit Mädels machen, weswegen ihr ja auch hier seid, die sehr positiv ausfallen werden. Ne, es ist tiefgründigerin, diese Themen, die einen wirklich miteinander verbinden, weil darüber wollen wir ja reden, gerade mit der Frau. Ich würde den Workshop wieder buchen, und auf alle Fälle gerne mehr Zeit mit meinem sozusagen Coach und jetzt auch Freuden verbringen, namens Andy. Er ist ein super Typ, er unterstützt einen gut und er hat die richtigen Ansichten auf die Welt, um etwas Gutes in der Welt zu tun und etwas zu bewirken. Und das kann euch Andi Freude auf jeden Fall dann auch weitergeben. Es ist nicht auf dieses typische Westen, Paragraf, XY, nach 23 A, B, Abschnitt C, fucking, nein, es ist spontan und es ist genau das Richtige. Wenn ihr Spaß haben wollt, einen freundlichen, netten, kompetenten Coach haben wollt, der tatsächlich einiges kann, sehr authentisch rüberkommt und immer ehrlich ist und einem freundliche Tipps zeigt und immer sich für einen einsetzt, kann ich das nur empfehlen. Es war nur eine halbe Woche im Prinzip, die gespickt war von mega geilen Erfahrungen, wo ich über meinen Schatten springen konnte, Liebe erfahren durfte, Freude und auch ein bisschen Sex, was auch dazu gehört. Ich habe mich verliebt und nun gehe ich wieder mit einem perfekten Gefühl nach Hause und mein Leben wird von nun an besser werden. That's it. Ja, ich würde ein Coach-Segment Andi Friday auf jeden Fall weiterempfehlen, weil die Energie, die reißt euch einfach mit. Die fucking Energie, die ist so spürbar und kraftvoll. Nicht nur die Frauen, auch euch und Say cheese! Cheese! Und that's life. That's life. That is life. That is life. That's life. Ich freue mich so sehr drauf, Mann. Oh, das wird so gut. Das ist Magie. Es ist Magie. Das wird der Hammer. Ich freue mich so sehr drauf. Jungs, oh mein Gott. Wie gesagt, zehn Teilnehmer, zehn Plätze, alle beiden Workshops sind schon voll. Wir haben, und das ist das, womit ich, womit ich dich jetzt hoffentlich sehr happy machen kann. Wir haben einen dritten Termin aufgemacht. Der dritte Termin ist vom 23. bis zum 27. August. Auch hier sind schon zwei Plätze belegt. Einer, der Jaco, der macht nämlich direkt zweimal mit. Der will nämlich, will nämlich, wirklich ein neues Kapitel dort schreiben und wird dort die erste Woche und die zweite Woche komplett mit mir verbringen wollen. also sind jetzt wirklich nur noch zwei Plätze frei. Sorry, das ist nicht das erste Mal, dass Teilnehmer direkt back to back die Workshops, wir haben es sehr oft, dass Workshops von uns einfach dann schon direkt gefüllt sind. Der erste Termin, die nehmen dann direkt den zweiten Termin die Woche danach nochmal mit. Das ist sehr häufig der Fall. Ja, mein Lieber, aber dann, Schocks stehen hoch, dass jemand anders noch rüberspringt, nochmal eine zweite Woche macht. Boah, ich meine, so ist das Leben. Schreib die schönste Geschichte, die du schreiben kannst. Ich sage dir eins, es wird nicht noch einen Termin geben. Ich habe genug andere Dinge zu tun. Ich werde dieses Kapitel genauso wunderschön schreiben, wie ich es jedes Mal geschrieben habe. Ich werde aber auch den Punkt setzen und der Punkt ist bei fünf Teilnehmern. Der Punkt ist bei diesem zweiten Termin. Es wird keinen weiteren Termin geben. Ich werde nämlich auch meine Freundin vermissen und ich werde wieder zurückfliegen wollen zu meiner Freundin. Egal, welche wunderschönen Frauen ich dort kennenlerne und wir dort gemeinsam kennenlernen. Für mich wird das der letzte Termin dieses Jahr sein und wir müssen mal schauen, ob wir das nächste Jahr überhaupt wieder machen, weil wir haben einige andere Ideen, die wir ebenfalls umsetzen möchten. Also vorerst die letzte Möglichkeit für dich, mit mir gemeinsam fünf Tage in Florenz mit vier weiteren Teilnehmern zu verbringen und dort echt die Zeit deines Lebens zu erleben. Fünf Tage gemeinsam, wir machen alles zusammen, wir wohnen zusammen, die Wohnung habe ich schon längst gebucht. Wie gesagt, Altstadt, Dachterrasse ist alles da, alles inklusive. Du wirst mit mir gemeinsam Frauen kennenlernen, du wirst in Situationen gepusht werden, du wirst aber auch mit der Zeit einfach so sehr selber auf Frauen zugehen, dass du keinen Push mehr brauchen wirst. Das erübrigt sich innerhalb der ersten 24 Stunden. Ja, also da gehst du in diese Energie schon von alleine auf. Allein durch die Magie der anderen Teilnehmer, durch die Magie der Stadt. Und das Geile ist, dass es wirklich lang anhalten, weil das Ganze ziehst du dann auch in deine Heimat. Du bleibst nämlich nicht einfach nur fünf Tage an diesem Ort und dann ist das Ganze vorbei, sondern diese Energie, die bleibt in dir. Und ja, Dude, also wer da denkt, dass das nicht die geilsten fünf Tage seines Lebens werden, der hat sich geschnitten, weil genau das beschreiben die Männer. Du hast es gerade gehört. Und du bist herzlich dazu eingeladen, dich zu bewerben. Geh auf www.flirtanalyse.de denn wir müssen erst vor allem mit dir sprechen. Wir lassen nämlich nicht jeden da rein, wie du dir denken kannst, bei nur fünf Teilnehmern maximal pro Gruppe. Da will ich nicht mit irgendjemandem zusammenwohnen und meine intimsten eigenen Geheimnisse teilen und dem möchte ich auch nicht auf Frauen loslassen, sondern diese Fähigkeit, die ich dir dort beibringen werde, auf Frauen so frei zuzugehen und sie dort zu verführen und mit ihr gemeinsam Liebe zu erleben und wie viele das auch schon gemacht haben, tatsächlich dann auch Liebe zu machen, das ist keine, das bringe ich nicht jedem bei. Ja, also geh auf www.flirtanalyse.de trag dich ein für die kostenlose Flirt-Tipp- und Charisma-Analyse in der ja, in der du eine Einschätzung deiner Fähigkeiten bekommst, deines Potenzials bekommst, aber wir vor allem dann auch die Fähigkeit in dir genau unter die Lupe nehmen und ob du die Ehre haben wirst, uns dort in Florenz zu begleiten. Das entscheiden wir dann. Also, mein Lieber, schreib eine schöne Geschichte, bitte, fang heute an. Heute, ja. Du brauchst keine Angst mehr haben, denn das Einzige, was du verlieren kannst, ist dein Leben und das wirst du eh verlieren. Also schreib es so schön, wie du nur kannst, diese Geschichte. Fang an, mehr zu entdecken, neugierig zu sein. Im Englischen haben wir den Begriff Neugier viel positiver konnotiert als im Deutschen. Curiosity. Das ist rein positiv konnotiert, das ist, was Kinder haben, was wir schon längst, als wir in die Welt gekommen sind, da waren wir alle neugierig, das ist was Positives. Im Deutschen, da verwenden wir den Begriff eher, sei nicht so neugierig, steck deine Nase nicht in Dinge, die dich nichts angehen. Das ist so ein Schwachsinn. Kannst du alles essen, aber nicht alles wissen. Da hören wir anderen zu, die uns da begrenzen wollen, wenn du neugierig bist, wenn du wirklich dich auf deine Umgebung einlassen kannst, mein Lieber, dann hast du weniger Angst. Neugier ist so ein positiver Ausdruck deiner Begeisterung für Schönheit, welchen du zeigen musst. Denn ansonsten ist es doch so schade, denn schöne Frauen, denen das nicht gesagt wird, dass du sie begeisterst, die gehen traurig nach Hause und alleine. Und es ist eine Schande, weil sie wartet darauf, dass sie ihren Prinzen kennenlernt. Wenn eine Frau ihren Freundinnen erzählt, wie sie ihren Traummann kennengelernt hat, dann wird sie nicht sagen, ja, wir waren im Club und dann hat er mich angetanzt, Arsch an Arsch und jo, wir waren total besoffen. Das ist nicht die Geschichte, die sie erzählen will. Die Geschichte, die sie sich ausmalt und die sie sich vorstellt und die sie erzählen möchte, ist nämlich genau die, ich bin spazieren gegangen, ich habe mir diese Statue angeschaut, ich war in Florenz und dann kam dieser Mann auf mich zu und irgendwie hatte der eine ganz andere Ausstrahlung als alle anderen und wir kamen ins Gespräch und er war so charmant und danach sind wir noch weiter spazieren gegangen und er hat mir die Stadt gezeigt, ich habe ihm Dinge gezeigt, die ich kannte und wir sind vor den Straßenmusikern stehen geblieben, haben die Musik gehört und man, das war so romantisch. Am selben Abend sind wir noch vor dem vor dem Platz Halle Michelangelo und haben wir dann den Sonnenuntergang angeschaut und dort hat er mich dann geküsst. Das war so wunderschön. Ja, wie heißt er denn? Ja, der heißt Thomas. Er war Deutscher. Ja, er heißt Michael. Er war Deutscher. Er heißt Lukas. Er war Schweizer. Er war Österreicher. Das kannst du sein. Das kannst du heute schon sein, aber wenn du nicht weißt, wie, dann hol dir den Leitfaden, hol dir den Kick. Hol dir diese Energie, die Freude. Ja, ich zeige sie dir sehr gerne am eigenen Leib. Aber du darfst. Ja, im Endeffekt darfst du das auch heute schon. Du darfst jederzeit schon anfangen, schöne Geschichten zu schreiben. So, mach das. Fang heute schon an. Morgen, gib einfach mal einem Pärchen ein Kompliment. Welcher Mann geht auf ein Paar zu, das er im Park sieht und sagt ihnen, ich muss euch beiden einfach nur mal sagen, ihr seht so süß aus zusammen. Echt toll. Also, wenn ich irgendwann mal meine Freundin kennengelernt habe und den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringe, dann möchte ich, dass wir immer noch so happy aussehen und Hänschen halten wie ihr. das ist so wunderschön. Echt, wollte ich euch einfach nur mal sagen, ihr seht echt toll aus zusammen. Auf Wiedersehen. Der Mann, der das machen kann, der kann auch auf eine Frau zugehen und ihr das genauso unabhängig sagen. Also, fang an, mein Lieber. Gib mal Menschen ein Kompliment, wo du kein Ergebnis erwartest. Rennen. Verteil mal etwas Freude, etwas Liebe in der Welt, wo du nichts zurück erwartest, wo du gar kein Ergebnis willst. Ich hatte mal eine Freundin, die mir erzählt hat, wie im Supermarkt ein Mann 60, 65, 70 Jahre auf sie zugegangen ist und ihr einfach nur gesagt hat, wie absolut entzückend er sie findet und dass er ihr das nur mal sagen wollte. Und dann ist er direkt weitergezogen und sie hat mir diese Geschichte erzählt mit so einem Strahlen im Gesicht, eben weil dieser Mann kein Ergebnis wollte, weil er nichts erwartet hatte. Sei dieser Mann und vertrau mir, vertrau dem Prozess, du wirst nicht leer ausgehen, garantiert. Aber das kannst du nur, wenn du dich endlich hingibst, wenn du aufhörst mit diesem verkrampften, ja, aber wo ist denn mein Ergebnis? Scheiß draus. Machen. Mach einfach. Mach einfach, mein Lieber. Gib und du wirst viel mehr zurückbekommen, als du es dir eigentlich vorstellen kannst. Und fang dann heute diese wunderschöne Geschichte zu schreiben. Einer der Größen in der Persönlichkeitsentwicklung vor Jahrzehnten, Zig Ziglar, der auch Verkaufstrainer war, hat mal sehr schön gesagt, du kannst alles in der Welt haben, wenn du anderen hilfst, alles in der Welt zu bekommen. Wir reden hier keinen Quatsch. Das ist kein Marketing-Nonsense, was wir hier von uns geben. Das ist die reine Wahrheit. Es funktioniert. Es funktioniert so viel besser, als alle anderen Flirt-Ratgeber und Tipps und Tricks, die rein darauf basiert sind, deinen Status zu erhöhen, bloß nicht dein precious Ego zu verletzen und dich Stück für Stück zu dem Mann zu machen, der du niemals sein wolltest. Das ist nicht nachhaltig. Und es ist vor allem deswegen nicht nachhaltig, weil du a. keine gesunden Beziehungen aufbaust aufgrund von Inauthentizität und b. weil du nicht du selbst bleiben darfst. Der Mann, der du werden darfst, ist der Mann, der du schon immer sein wolltest, der in dir steckt und der du auch schon mal warst, als du frei und ungezwungen warst, als wir diese Welt betreten haben, hatten wir diese ganzen Limitationen nicht. Und diese unschuldige Neugier, diese Begeisterung, das ist so selten zu finden, dass du tatsächlich in diesem Tunnel mit einer Frau auf einmal landen wirst, wo sich alles um dich herum in nichts auflöst, wo alles um dich herum verschwimmt. Diese tiefe Verbindung, die kannst du nur, nur dann aufbauen, wenn du diese Philosophie lebst und eine wunderschöne Geschichte mit ihr schreiben willst. Ich wünsche dir alles Gute dabei. Viel Erfolg, viel Spaß. Genieß den Prozess. Genieß ihn. Und wenn du diese Reise mit mir gemeinsam und übrigens auch mit Makako, ich wollte das jetzt eigentlich noch nicht ankündigen, aber er wird höchstwahrscheinlich auch mit dabei sein. Also wer ihn aus YouTube von unseren Videos kennt, der wird sich ebenfalls freuen, den Makako dort zu sehen. Jedenfalls ein Mann, der legendär ist in dem, was er alles erreicht hat. In puncto Liebe, in puncto Abenteuer, von dem wir beide sehr viel wunderschöne Inspirationen ziehen werden. Du und ich, weil wir inspirieren uns alle gegenseitig. Und ich bin mir sicher, du wirst mich dabei auch genauso inspirieren. Ich freue mich drauf. Das wird der Hammer. Also wenn du das möchtest, geh auf www.flirtanalyse.de. Wenn du mit mir gemeinsam wohnen willst und mit mir gemeinsam Frauen kennenlernen willst und in diesen fünf Tagen lernen willst, was es heißt, sich zu verlieben und wir andere sich in dich verlieben, dann geh auf www.flirtanalyse.de und trag dich ein und wir sprechen miteinander. Ich freue mich drauf. Es gibt nur diesen einen Workshop dieses Jahr, 23. bis 27. August. und das war's, mein Lieber. Fahr vorsichtig, denn ich hoffe, die Welt wird dich noch lange, lange, lange genießen dürfen und du die Welt. Also genieß sie und lebe. That's life. -end- Mm-hmm. Bis zum nächsten Mal.